Hallo liebe YouTube-Gemeinde, wie ihr vielleicht gesehen habt, in den letzten Wochen haben wir all unsere alten Folgen jetzt auch bei YouTube hochgeladen und dadurch auch einige neue Abonnenten hier auf YouTube gewonnen. Dafür wollten wir uns einmal ganz herzlich an dieser Stelle bedanken. Wie ihr mitgekriegt habt, ist jetzt auch die letzte Folge aus der alten Zeit, also Folge 38, hochgeladen worden und das heißt, ihr findet jetzt auf YouTube auch alle Folgen begonnen, von Folge 1 bis hoch zu Folge 52. In unserer Mediathek bei Spotify, Apple Podcast und Co. sind wir mittlerweile bei Folge 54 angekommen, das heißt, hier fehlen noch zwei Folgen. Das bedeutet, morgen wird noch die Folge 53 hier veröffentlicht werden und am Montag dann die Folge 54, sodass ihr auf dem Laufenden seid. Danach geht es ja bei YouTube genauso weiter wie bei unserem Podcast und immer alle zwei Wochen am Donnerstagabend erscheint dann eine neue Folge. Die erste neue Folge gibt es schon den kommenden Donnerstag und dann, wie gesagt, im Zwei-Wochen-Takt. Bleibt uns treu, empfehlt uns immer gerne weiter und weiterhin viel Spaß.